Wenn 16.30 Uhr Trainingsstart ist, dann muss ich die Spielerinnen schon ein bisschen vorbereiten auf das Training. Wir starten um 16.30 Uhr, also das heißt, die Spielerin muss mindestens 15 Minuten vorher in der Halle sein, muss sich umgezogen, das Getränk muss klar sein, die muss getaped sein, die Netze müssen klar sein, die Bälle müssen sauber, müssen fertig sein. Der Spieler muss sich fokussieren auf das Training, kann mit dem Teraband, macht seine Gelenke schon ein bisschen warm und dann, dazu braucht er schon 15 Minuten oder spielt ein bisschen auf dem Basketballkorb oder zockt ein bisschen beim Fußball. Einfach, um sich auf dieses Training ein bisschen einzustimmen, um Lust zu haben, sich zu entwickeln, Lust zu haben, an sich zu arbeiten. Und das geht nicht, wenn man erst um halb in die Halle kommt und dann sagt, Coach, ich bin da. Das muss man schon vorbereiten. Also die Philosophie dahinter ist eigentlich so, die ersten 15 Minuten hat die Spielerin noch so für sich so ein bisschen. Du bereitest noch Sachen vor, sprichst mit den Co-Trainern, hast da hinten eine Tafel, wo du dann Dinge aufschreibst, die im Training gleich passieren sollen. Und dann nach 15 Minuten, da schreitest du quasi erst ein und dann geht es mit den ersten Übungen und den ersten Aufwärmspielchen und so weiter, ist richtig los. Genau, die 15 Minuten sind die Menschen auf sich, die sollen sich selber vorbereiten. Da gibt es keinen Plan von mir. Einer braucht ein bisschen Teraband, einer braucht ein bisschen die Rolle vorher vielleicht, also die Breakdown, um sich ein bisschen vorzubereiten. Einer braucht den Ball, einer braucht, ja, weiß ich nicht, ein bisschen Gespräch mit dem Spieler. Aber einfach, das muss vorbereitet werden. Und das geht nicht, wenn man erst zu Trainingsbeginn in der Halle erscheint und es ist zu spät.